Heute sind wir in Paris unterwegs auf der Suche nach dem neuen und sind ganz gespannt, was wir in den Shops entdecken. Die neuen Kollektionen werden wir angucken und danach geht es weiter auf die Trendmessen aktuell in Paris, die Premier Vision, auf die Tax World und da recherchieren wir neue Fahrten, neue Stoppe. Wir sind gespannt, was die Spring-Summer-Saison für uns bereithält. Wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs gewesen und haben viele tolle neue Farben gesehen. Die Farbe ist tatsächlich im Mainstream angekommen und auch am POS. Wir haben auch viel zu dem neuen Thema Natur gefunden, ganz tolle Strukturen, ganz tolle Style. Insgesamt wird es tatsächlich etwas ruhiger. Auch das zeigen wir uns zu retten. Die Reise geht jetzt weiter. Ja, zwei bewegende Tage in Paris gehen zu Ende mit vielen tollen neuen Informationen und kleinen Inspiration hier in diesem Zentrum. Progenere Terminal 1